Halt! Jetzt mal keine lange Fingerchen. Wir rasieren mal. Ich schmiere dir's in dein schlecht bezahntes Maul. Ja mal Alter, ich schmier' dir grad in der Badewanne! Ich fühl' total ab, Mann! Total Sinn! Moment mal! Hey! Mann, heißer Freundchen! Das ist der Tomatenmark! Der Typ ist doch keine Spaghetti, Mann! Ich bin ja noch nicht fertig. Bring mir den Barbierer! Tata! 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 Ah! Chanda Marie! Tata! 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 Hallo! Hm, den brauch' er wohl nicht mehr! Sie haben geflunkert! Sie sind ja doch der Mörder! Bleib mal dran! Was muss ich da hören? Das ist für meinen Bruder, du Bratwurst! Aua! Kommissar, verachten Sie diesen Mann! Selbstfürsitz ist auch keine Lösung! Danke! Applaus ! Ja! ! Ja! 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 Und... Aktion. Alter, das warst doch du gestern. Junge, von was redest du? Alter, das warst doch du gestern. Junge, von was redest du? Der Mord, Alter. Der Mord. Lass uns später reden. Jetzt ist erstmal Kaffee. Alter, das warst doch du gestern. Junge, von was redest du denn? Der Mord, Alter. Der Mord. Lass uns später reden. Jetzt ist erstmal Kaffee. Alter, das warst doch du gestern. Junge, von was redest du denn? Der Mord, Alter. Der Mord. Lass uns später darüber reden. Jetzt ist erstmal Kaffee. Hätte eh nicht gepasst, weil du bist aus dem Bild gekommen. Mir warst auch irgendwie nix. Alter, das warst doch du gestern. Junge, von was redest du denn? Der Mord, Alter. Der Mord. Lass später reden. Jetzt ist erstmal... Alter, das warst doch du gestern. Alter, das warst doch du gestern. Junge, von was redest du denn? Der Mord, Alter. Der Mord. Lass später reden. Ey, Sie! Kommen Sie mal her! Ist das hier die Redaktion, die wirklich wichtige Themen behandelt, Mann? Ja, das ist die Redaktion, die wirklich wichtige Themen behandelt. Ja, das ist die Redaktion, die wirklich wichtige Themen behandelt. Ja, das ist die Redaktion, die wirklich wichtige Themen behandelt. Was soll ich denn?